Guten Morgen aus Spanien, Moesia. Das ist unser erster Frühstückstisch, den wir gedeckt haben, mit dem was da war. Die Milchmarce. Die Milchmarce, ja okay. Die Milchmarce, ja okay. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt hier am Mercadona in Murcia und wir nehmen euch jetzt mal mit zum Einkaufen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.